Hallo meine Lieben, was ist ein authentischer Mensch? Das Erste, was er ist, er ist präsent. Das sind diese Menschen, die kommen in den Raum und alle Augen richten sich auf sie. Ein authentischer Mensch ist gut geerdet, weil das braucht er, um präsent zu sein. Ein authentischer Mensch ist aufrichtig mit sich selber. Weil ich kann nur das zum Ausdruck bringen, was ich bin, wenn ich weiß, wer ich bin und wie es für mich stimmig ist. Dazu ist es unabdingbar, dass ich mich kenne und weiß, was meins ist. Ein authentischer Mensch ist im Hier und Jetzt. Von daher, ich kann es dir nur empfehlen, im Hier und Jetzt zu sein und authentisch zu sein.